Schaut mal, wen ich gerade da sitzen habe an der schönen Sandner Orgel. Durch Zufall den Inhaber der Orgelbaufirma Sandner, den Herrn Bender. Hallo, Norbert Bender mein Name, Orgelbaumeister, Restaurator und seit 2016 Inhaber der Firma Sandner. Und gerade wird mein Lieblingsinstrument natürlich wieder auf Vordermann gebracht und gestimmt. Lauscht gespannt auf die Dinge, die kommen werden.